Wenn es um die eigene Gesundheit, um Leistungsfähigkeit oder einfach nur ums Wohlbefinden geht, dann ist Gewichtsmanagement heute eine der zentralen Herausforderungen. Ich denke, das hat die Pandemie auch nochmal deutlich gemacht. Ich spreche bewusst von Gewichtsmanagement, weil mit Gewicht geht es im Grunde immer um zwei Themen. Einerseits um Reduktion, also Abnehmen, andererseits aber eben um das Gewicht stabil halten. Und egal, wo Sie gerade in Ihrem Leben stehen, Unterstützung macht das Ganze sehr viel leichter. Und deshalb brauchen Sie ein Programm, was einfach ist und effektiv funktioniert. Und die Body Mission bietet beides. Grundlage der Body Mission ist das Prinzip Mahlzeitenersatz. Und Mahlzeitenersatz ist eine wissenschaftlich sehr gut untersuchte Methode, die auch von vielen Fachgesellschaften empfohlen wird. Und auf dieser Grundlage zeichnet das Body Mission Programm im Prinzip drei wesentliche Aspekte aus. Das eine ist Ausgewogenheit. Ausgewogenheit steht dafür, dass der Weg zum Zielgewicht, also die Kalorienreduktion, immer verbunden ist auch mit einem aktiven Stoffwechsel, was für den Erhalt der Muskelmasse wichtig ist. Und die Muskelmasse macht ungefähr 50 Prozent unseres Energieverbrauchs aus. Das zweite ist Einfachheit. Die Body Mission ist denkbar einfach und das wiederum ist wichtig, damit das alltagstauglich aus ist. Und das dritte ist Ganzheitlichkeit. Ganzheitlichkeit bedeutet, dass es ja nicht nur um Kalorienreduktion geht. Es geht auch um optimale Versorgung. Es geht darum, dass der Säurebasenhaushalt im Gleichgewicht ist. Es geht um effektive Ausscheidung. Es geht um Themen wie gesunde Ernährung und mehr Bewegung. Und all das ist integriert und zusammengefasst im Body Mission Programm und damit im Prinzip ein Rundum-Programm, was erfolgreiches Abnehmen bestmöglich unterstützt. Und das dritte ist 2021 ein Rundum-Programm, was erfolgreiches Abnehmen bestmöglichkeiten ist. Es geht um das dritte. Und das dritte ist ja nicht nur ein Rundum-Programm, was möglich hat. Vielen Dank.